So wie wir Frauen wirklich sind, gibt es jetzt im Kino zu sehen. Ich glaube, dass die Männer so denken, sie sind die Jäger, wir sind die Sammler. Das ist halt einfach so ein Gedanke. Eigentlich habe ich ja alles. Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Gesamtweltcup-Siegerin. Also eigentlich ist da jetzt alle. Wenn ich in der Mannschaft nur Söhneathleten habe, die eigentlich alle um die Medaille kämpfen, dann ist es schon oftmals nicht ganz so einfach. Ich meine, wenn du dann früh allein schon 40 Kilometer läufst und nachmittags nochmal, dann hast du auch irgendwo einen Kanal voll. 30 Sekunden, noch 10 Sekunden bis zur nächsten Stufe. Und du hängst so wie so ein Hamster am Laufrad. Ja, aber hier haben wir wieder einen Augenblick. So wie unser Leben wirklich aussieht. Wenn mir die Sache aus dem Mund läuft, dann brüche ich die sofort weg. Also ich glaube, dass wir halt jetzt nicht so arg verschoben ausschauen. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. So wie uns keiner kennt. Ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, glaube ich, für Männer, wenn die Frau vielleicht ein bisschen mehr im Randlicht liegt. Ich weiß es halt schon mehr ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger. Genau, wie ja. Ich finde das ganz normal. Ich finde das ganz normal.